Wir sind hier auf der Alp vor der Donachtal. Das ist die Gemeinde Linntal, klar ins Süd. Ich bin Rebecca Zimmermann und bewirtschafte die Alp mit meinem Mann und meinen zwei Kindern zusammen. Wir haben Kühe, Rindlein, zwei Esel, Schweine, Hühner, zwei Hunde im Moment und wir produzieren Glaner Alp Käs Alp. Wir melken am Morgen und produzieren den Käse, am Nachmittag pflegen und am Abend wieder melken. Je nachdem wie wir wohnhaft sind, ob im Unter- oder Oberstafel, bleibt er länger bei uns im Keller. Aber der meiste, grösste Teil kommt die Chlorona, wird dort weiter gepflegt und auch zum grössten Teil verkauft. Das ist einfach unser Leben. Wir sind hier hinten aufgewachsen, schon als Kind immer im Donachtalzal. Und ja, das ist einfach unser Traumjob. Oder ja, es ist noch schwierig zu beschreiben. Das war Charlie Firkland. Das war Ihre Agenten Ihr all phenomeniert. Deshalb denke ich, wenn Sie neu mit, was если das jetzt nicht ü��vsubillonwise tun, dass man als Kind der Schrawling im Produkt hat weiß das coole 모مة. Der Entre Ach great dieses Jamen. Wir machen so, dass man als Kindhaar noch ein kurles Baby bleiben. Vielen Dank.